Meine Damen und Herren, liebe Gäste, schon guten Morgen. Ihre Aufmerksamkeit, bitte von euch, ein Crossfahrt direkt aus der Kommandobrücke. Eine Information für diesen Morgen am See, liebe Gäste, heute ist Mittwoch, 8.05.2019 und das Schiffzeit ist 9 Uhr und 35 Minuten jetzt. Die Tiefe des Wassers ist 2847 Meter. Seit wir Palma de Mallorca verlassen haben, haben wir 229 Seemeilen zurückgelegt. Wir haben immer noch 65 Seemeilen vor uns, bis wir in Algero, Italien, heute Nachmittag um 14.30 Minuten. Der Himmel ist teilweise bewölkt, das Meer ist massig ruhig. Der Wind kommt vom Südösten mit einer Windstärke von 5 Befort. Die Lufttemperatur 16 Grad Celsius. Liebe Gäste, im Namen von der Kapitän Johannes Papangelis, Hotelplan Team, alles Offiziere, Besatzen und Staff. Wir danken Ihnen von Ihrer Amazon-Kaiter und wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Morgen am See. Danke für dich! Es83 Ja Musik 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 How about Buckshot Willie from New Orleans, Louisiana? Well, people, let me tell you something Let me tell you where I'm back You're looking at me You're looking at rockabilly, man That's where I'm at That music makes me crazy Get down in my soul It makes me laugh It makes me cry It makes me lose control Give me that rockabilly music Give me that rockabilly music Give me that rockabilly music And for me Give me that rockabilly music Give me that rockabilly music Give me that rockabilly music And for me Musik Musik Give me that rock a bit of music 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020